Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Gedankenblitze zum Wochenende. Heute mit einem Sammelsurium an Themen. Zum einen geht es um die neue Rubrik hier bei YouTube zum Thema außerkörperliche Erfahrungen. Dann möchte ich nochmal Bezug nehmen auf einen Podcast, der vor 14 Tagen gelaufen ist mit Sabine Thebes. Dann gibt es ein paar Neuigkeiten aus meinem Leben und zu guter Letzt habe ich noch zwei Buchtipps für dich. Also bleib dran. Fragen, Antworten und Gedanken zum Thema außerkörperliche Erfahrungen. Das ist die neue Playlist bei mir auf YouTube, die entstanden ist aus der Inspiration einer E-Mail, die ich bekommen habe von jemandem, der sich beklagt hat, dass es in meinem Podcast hier bei Geistreich am Samstag nicht nur um außerkörperliche Erfahrungen geht, sondern um auch andere Dinge, die denjenigen nicht so wahnsinnig interessieren. Und ich höre mir natürlich konstruktive Kritik gern an und nehme sie auch gern an, aber Geistreich am Samstag wird sich nicht ändern dadurch. Von Anfang an war meine Absicht eine Plattform zu schaffen, in der ich mich mit Menschen unterhalten kann und Fragen stellen kann, die mir am Herzen liegen, die ich interessant finde, die ich spannend finde. Und das Ganze teile ich mit dir oder mit meiner Community generell und dadurch ist nun innerhalb der letzten Jahre, vier Jahre läuft es jetzt nun schon, dieser Podcast entstanden und der wird auch weiterhin so bunt bleiben wie die Freizeitrevue beim Friseur. Aber mir ist auch klar, natürlich liegt meine Expertise bei den außerkörperlichen Erfahrungen und ich kann verstehen, wenn es Zuhörer oder Zuschauer gibt, die da mehr Content sehen möchten. Und denen komme ich jetzt entgegen mit dieser neuen Rubrik Gedanken, Fragen und Antworten zum Thema außerkörperliche Erfahrungen, die immer mittwochs erscheinen. Dazu gibt es kein Newsletter. Ich werde das ab und zu mal im Newsletter erwähnen, um es in Erinnerung zu rufen. Die ersten vier Episoden sind sehr gut gelaufen, sehr gut angenommen worden. Es sind viele, viele Fragen eingegangen. Ich freue mich mega drüber, weil es eben auch zeigt, dass ein großes Interesse da ist und ich versuche, diese Fragen dann auch adäquat zu beantworten. Es ist vielleicht nicht immer möglich, aber ich habe zumindest für die nächsten Wochen noch genug Stoff, um da nachzulegen. Also, wenn es dich interessiert, mittwochs gibt es immer ein neues Video zum Thema außerkörperliche Erfahrungen, wird aber nicht auf den Audio-Kanälen der Podcast-Anbieter vertrieben, sondern rein bei YouTube. Ja, dann möchte ich nochmal auf einen Podcast zu sprechen kommen, der vor 14 Tagen gelaufen ist. Und das war mein Interview mit Sabine Thebes oder mein Gespräch mit Sabine Thebes, die Ähnliches durchlebt hat. Die Folge hieß, Mama muss ins Pflegeheim. Und es ist die Podcast-Episode, die mir emotional wirklich sehr, sehr nahe gegangen ist, auch im Nachhall. Ich war also nicht in der Lage, diese Episode nochmal in der Kontrolle von A bis Z anzuhören, weil ich gemerkt habe, das triggert doch immer noch eine ganze Menge bei mir. Und lasse das mal so stehen und werde mir das irgendwann dann nochmal ansehen oder anhören, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bin ich soweit, dass ich das mit etwas Abstand auch betrachten kann. Aber es ist auch die Episode, die die meisten E-Mails verursacht hat, nenne ich das jetzt mal. Es haben zwar viele Menschen auch kommentiert bei YouTube und auch auf den Podcast-Kanälen, aber ich habe doch eine wirklich große Menge an E-Mails erhalten von Menschen, die entweder nicht bei YouTube kommentieren können, weil sie dort kein Konto haben oder weil sie eben ihre Geschichte auch nicht unbedingt in der Öffentlichkeit preisgeben möchten. Und bei denen möchte ich mich ganz, ganz herzlich bedanken, dass sie bereit waren, ihre Schicksale so offen zu teilen. Das hat mir enorm geholfen, alles nochmal Revue passieren zu lassen und neue Impulse in meine Betrachtung auch mit reinzunehmen. Denn auch wenn meine Mutter jetzt verstorben ist, ist diese vier Monate, in denen sie gelebt hat nach dem Tod meines Vaters, die stehen noch im Raum. Und damit habe ich sicher noch lange nicht abgeschlossen. Immer wieder zieht es mich in Gedanken dahin zurück, war das alles richtig, hätte ich was besser machen können. Und diese Fragen, die stehen auch mit gewissen Emotionen in Verbindungen, die nicht einfach zu handhaben sind. Und genau das ist auch das, was mir die Menschen aus ihren Erfahrungen geschrieben haben. So eine Erfahrung, so ein Szenario, das hinterlässt so deutliche Spuren, dass man danach nicht mehr derselbe ist oder dieselbe ist. Das triggert einen Prozess, der nochmal alles im Leben hinterfragt. Denn hier geht es ja nicht nur um den Fakt, dass wir unsere Mütter oder Väter in ein Pflegeheim abgegeben haben, gegen deren Willen, sondern grundsätzlich um das Thema Sterblichkeit, um das Thema, was passiert denn auch mit mir im Alter? Wie stelle ich mir das vor? Wie möchte ich meine Zeit, die mir noch bleibt, verbringen? Wir laufen ja immer weg vor diesem Fakt, dass auch unser Leben endlich ist und dass es gewisse Dinge gibt, die wir einfach in Angriff nehmen müssen, um die wir uns kümmern müssen, damit wir am Ende nicht so dastehen wie vielleicht unsere Eltern. Und ich habe zumindest für mich beschlossen, dass ich da eine gewisse Verantwortung übernehmen möchte und das frühzeitig für mich auch beschließen möchte, wie das dann mal sein soll. Und nicht erst, wenn es zu spät ist, wenn ich den Verstand vielleicht verloren habe oder so gebrechlich bin. Ich habe keine Kinder, die mich ins Altenheim bringen können, aber irgendjemand wird das schon machen. Irgendwas wird schon passieren müssen natürlich, wenn es denn so weit kommen sollte. Und eine Sache, die eben dazu gehört, ist das Verfassen einer Patientenverfügung. Das ist ein Thema, vor dem ich mich total gesträubt habe in der Vergangenheit und zu dem ich einen Gast eingeladen habe oder eine Gästin vielmehr in der kommenden Woche bei Geistreich am Samstag, eine Expertin auf diesem Gebiet, eine ganz tolle, offene Person, die mir und dir und allen so ein bisschen Wissen vermitteln möchte, was es denn mit Patientenverfügung tatsächlich auf sich hat, worauf man dabei achten muss und ob die uns wirklich erlauben, dann auch in Würde zu sterben. Aber dazu dann mehr nächste Woche bei Geistreich am Samstag. Heute nochmal zurück zu diesem Veränderungsprozess, den ich eben erwähnte. So eine Erfahrung, wie ich sie durchlebt habe oder auch andere Menschen durchleben. Und alle haben das im Prinzip auch formuliert in ihren E-Mails. Da passiert etwas im tiefen Sein, was eine Veränderung triggert. Und ich kann immer noch nicht sagen genau, was diese Veränderung beinhaltet oder ob es einfach ein Sammelsurium von Veränderungen sein wird in meinem Leben. Aber ganz deutlich ist, dass ich nicht mehr der Gleiche bin, der ich noch vor sieben Monaten war. Und dass ich mein Leben anders organisieren möchte, vielleicht auch muss und auch darf natürlich, dass ich andere Prioritäten setzen muss und möchte. Alles ändert sich und ich merke auch, wie sich das auf meinen Wirken, auf meine Arbeit als Trainer auch niederschlägt. Ich habe neue Projekte, die ich mir jetzt erlaube, auch wieder einzubringen, nachdem alles jetzt in den letzten sieben Monaten so ein bisschen zum Stillstand gekommen ist, weil ich nur noch in der Lage war, das Nötigste irgendwie zu schaffen und im Tagesgeschäft zu erledigen. Und in diesem Zuge habe ich mich auch dazu entschlossen, ein Buchprojekt anzunehmen, was mir von einem großen deutschen Verlag angetragen wurde. und in der Entscheidungsfindung, ob das jetzt eine gute Idee ist, auch mit einem Verlag zusammenzuarbeiten, bin ich am Ende für mich zu der Antwort gekommen, dass ich mich auf dieses Experiment einlassen werde. Ich habe meine Bücher in der Vergangenheit immer im Eigenverlag veröffentlicht und bin damit auch sehr, sehr gut gefahren, muss ich sagen. Aber ich habe doch das Gefühl, dass so eine Zusammenarbeit mit einem Verlag vielleicht nochmal eine ganz neue Richtung einschlagen kann. Und wer weiß, wozu es gut ist. Und ich bin jetzt sehr gespannt darauf. Die ersten Seiten sind bereits geschrieben. Ich bin noch nicht in meinem Flow. Ich weiß noch gar nicht so wirklich, wo die Reise hingeht. Es gibt natürlich ein Treatment. Im Groben gesagt geht es um multidimensionale Lebensgestaltung. Also jetzt nicht unbedingt ein Buch, was aufbaut auf dem, was ich zuvor geschrieben habe, unsichtbar. Es ist keine Fortsetzung davon, wobei sicherlich auch viele Aspekte aus meinen außerkörperlichen Erfahrungen dort Raum finden werden. Aber es geht mir im Herzen darum, aufzuzeigen, dass wir viel mehr Möglichkeiten haben in der Gestaltung unserer Leben und auch darüber hinaus, indem wir vielleicht mit neuen Inspirationen in einen neuen Abschnitt, einen neuen Lebensabschnitt gehen. Denn genau das passiert bei mir jetzt. Ich bin durch diese vergangenen sieben Monate auch inspiriert. Das war nicht alles nur negativ. Es war hochemotional und es war auch viel Belastung dabei. Aber es gibt auch Aspekte, die tief inspirativ waren und die mir erlauben, eben auch neue Perspektiven einzunehmen und neue Entscheidungen zu treffen, um vielleicht mein Leben jetzt etwas anders zu gestalten, und zwar multidimensional. Und darüber werde ich dann entsprechend auch schreiben und dich über diesen Kanal auch auf dem Laufenden halten. Ich bin ein bisschen nervös, was die Deadline angeht, denn die ist natürlich vertraglich festgelegt. Und jeder, der schreibt oder Autor ist, der weiß, dass ein Buch geboren werden will. Das kann man nicht erzwingen. Das ist wie ein Menschenleben. Das braucht seine Zeit. Das muss erst mal wachsen irgendwo, bis es zu Papier gebracht werden kann. Aber so ein bisschen Druck ist natürlich dahinter. Ich versuche mich da nicht zu sehr verrückt zu machen, aber ich habe schon Respekt auch davor. Ja, das ist so der erste Schritt in mein neues Leben sozusagen. Und ich werde mir den Raum nehmen, Entscheidungen heute in Bezug auf mein Leben anders zu treffen. Vielleicht wird das nicht allen Menschen in meinem Umfeld gefallen, aber ich bin an einem Punkt angelangt, wo ich so langsam jetzt den nächsten runden Geburtstag vor mir sehe und weiß, statistisch gesehen, ist das jetzt mein letztes Drittel, was ansteht. Und jeder darf sich herausnehmen, Dinge zu verändern im Leben und Dinge vielleicht neu zu gestalten. Und genau das möchte ich für mich tun und werde da eben auch ganz bewusst manifestieren. Mal schauen, wo die Reise hingeht. Ja, da ich jetzt gerade schon von meinem neuen Buchprojekt gesprochen habe, möchte ich hier zum Schluss dieser Episode noch zwei Buchtipps mit auf den Weg geben. Ich habe, wie die meisten wissen, mein Elternhaus in diesem Jahr ausgeräumt, aufgeräumt. Und unter anderem sind 360 Kilogramm Bücher aus dem Haus getragen worden. Die sind auf einer Waage gelandet. 360 Kilogramm. Ich habe die Bücher nicht gezählt. Es waren Unmengen. Leider waren es alles Bücher, die nicht unbedingt so in mein Interessengebiet fallen. Und ich habe nur eine Handvoll tatsächlich davon mitgenommen, weil ich auch niemand bin, der sammelt und anhäuft. Ich habe hier einen Bücherschrank bei mir. Siehst ihn hier im Hintergrund. Da sind vielleicht, ich sage mal schätzungsweise, 70 Bücher drin. Und da bin ich ganz bewusst auch noch mal durchgegangen und habe mich von einigen Werken getrennt. Und viele von den Büchern, die da drin sind, habe ich mir jetzt vorgenommen, möchte ich selber noch mal lesen. Weil schon so viel Zeit vergangen ist, seitdem ich sie konsumiert habe. Und es sind so wertvolle Bücher auch dabei. Und ich habe so viel vergessen. Da schadet dann nicht, da noch mal reinzuschauen. Und das erste Buch, was ich hier erwähnen möchte, ist von Varda Hasselmann und Frank Schmolke. Varda Hasselmann ist berühmt als Channeling-Medium und Autorin. Er hat eine Vielzahl von Büchern geschrieben. Ich habe dieses hier ausgewählt, weil es für mich tatsächlich auch lebensverändernd war seiner Zeit. Ich habe es vor 14 Jahren gelesen oder vor 15 Jahren. Ich hatte damals den Buch Tipp bekommen von einer lieben Freundin in Hamburg. Es heißt Archetypen der Seele. Die seelischen Grundmuster, eine Anleitung zur Erkundung der Matrix. Ja, das ist so ein bisschen irreführend, aber die Beschreibung auf dem Rücken des Buches gibt da einen besseren Einblick. Das Erkennen des eigenen Seelenmusters, der Seelenaufgaben und des individuellen Potenzials fördert Verständnis, Liebe und Bewusstheit. Nicht nur im Umgang mit den Mitmenschen, sondern auch für das eigene Selbst. Und treffender könnte diese Beschreibung für dieses Buch gar nicht sein. Ich habe mich in einer der Archetypen zu 100% wiedergefunden und das hat meinen kompletten weiteren Lebensweg beeinflusst. Und ich säße heute nicht hier, wenn es dieses Buch nicht gegeben hätte. Und daher Archetypen der Seele, Wader Hasselmann und Frank Schmolke kann ich nur empfehlen. Ich werde das Buch hier verlinken. Ich hoffe, es gibt es überhaupt noch im Handel, aber ich gehe mal ganz stark davon aus. Ich habe mich jetzt im Vorfeld gar nicht schlau gemacht, muss ich ehrlich gestehen. Aber ich werde auf jeden Fall einen Link in die Shownote stellen und unter das Video. Dann könnt ihr da mal schauen. Das zweite Buch habe ich in meiner elektronischen, in meinem elektronischen Bücherregal, Soul Companion. Ich werde aber gleich hier ein Foto einblenden vom Originaltitel. Dieses Buch ist relativ neu in meinem Schrank. Das ist mir entweder Ende letzten Jahres oder Anfang des Jahres im Januar empfohlen worden von einer Dame per E-Mail. Und ich bin nicht mehr sicher, wer das war, aber ich bedanke mich an dieser Stelle. Falls du zuhörst, Soul Companion von Judy Hilliard ist ein wahres Juwel. Und ich habe dieses Buch erst tatsächlich lesen können vor drei, vier Monaten, weil nach der Empfehlung der Tod meines Vaters kam und ich einfach keine Muße zum Lesen gefunden habe. Aber es kam genau zur richtigen Zeit und zum richtigen Zeitpunkt dann dran bei mir. Und ich habe unglaublich viel daraus gezogen. Dieses Buch ist interessant für Menschen, die sich vielleicht schon mal mit dem Thema Sterbebegleitung auseinandergesetzt haben. Judy Hilliard ist eine ehemalige Intensivschwester hohen Alters inzwischen, die in Oregon lebt und eine Ausbildung zu einer Anam-Ira gemacht hat, einer alten irischen Tradition der Sterbebegleitung über den physischen Tod hinaus. Und das hat sie kombiniert mit der Monroe-Methode. Sie hat auch einige Male das Monroe-Institut für Seminare besucht. Und da habe ich natürlich dann besonders auch eine Resonanz dazu gefunden und mich selber auch wiedergefunden in diesem Buch ein Stück weit. Und mir ist klar geworden, dass eine der Veränderungen in meinem Leben auch sein wird, dass ich mich in diese Richtung bewege, die Judy Hilliard schon seit einigen Jahren verfolgt. Und das Buch ist wirklich, wirklich schön geschrieben. Leider gibt es das nur in englischer Sprache. Es ist nicht ins Deutsche übersetzt worden. Aber wer Englisch versteht und sich die Zeit nehmen kann, es ist ein Juwel und es ist es wert, gelesen zu werden. Ja, das soll es für heute gewesen sein. In der kommenden Woche, hatte ich schon angedeutet, geht es um ein sehr praktisches Thema, aber ein sehr, sehr wichtiges Thema. Ich hoffe, du schaltest auch da ein. In diesem Sinne, alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.